Lampukistan Gaming ist hier, 25. Folge unserer Panini-Sammelsucht in FIFA 16 Freunde, wir sind endlich zurück und wir gehen in die heiße Phase auf Weihnachten zu Und das heißt, da habe ich euch versprochen, wir werden Packs ziehen Ihr seht es oben schon, ich habe einige FIFA Points aufgeladen Und es gibt jetzt jeden Tag bis Weihnachten neue Überraschung Frohe Footmas steht da schon dran, Freunde Und ich würde sagen, wir fackeln gar nicht lange Denn wir ziehen auf jeden Fall gleich mal ein Geschenke-Set in Silber Würde ich sagen, das reißt man gleich mal auf hier Und checken dann gleich mal ab, was da drin ist Wir haben Hubs, Alter Der erste Huppen ist gezogen, Freunde Optimal, wir kriegen noch Verträge, Dundalk, Trikot Alles klar, fügen wir gleich mal alles dem Verein hinzu Ja, es gibt schon wieder bösartige Ankündigungen Dass eventuell das PSN an Weihnachten down sein wird Ich hoffe mal, das wird nicht der Fall sein Darum nutzen wir die Zeit jetzt auch voll aus Und wir ziehen auf jeden Fall traditionell ein Bronzepack Auf jeden Fall, meine lieben Freunde Denn das gehört einfach dazu Denn damit der Spannungsbogen muss gesteigert werden, Freunde Coffee, Coffee Kingston, Alter Coffee Dann ziehen wir auf jeden Fall hier noch So, dann haben wir noch AdWords, ein linkes Mittelfeld aus Wales Und Kuleli, einen Türken So, was haben wir noch? Verträge, Wappen, okay Das alles hier so Fügen wir mal schnell dem Verein hinzu So, Freunde, werde ich euch jetzt die Überraschung mal präsentieren Und zwar werden wir heute ein Jumbo Premium Gold Set Also ein Gold Pack ziehen 24 Objekte 20 Gold, 7 selten, richtig geil für 300 FIFA Points Lassen wir uns da heute eins raus Boah, ich bin schon richtig gespannt, ob hier was richtig geil ist Wir brauchen jetzt endlich einen richtig geilen Spieler Den neuen besten Spieler Und wir holen uns Lennon Alter, Aaron Lennon, alter Gute Pace Gut zum Verkaufen auf dem Transfermarkt, Freunde Ja, nicht ganz so toll Dann haben wir noch De Ambrosio So, Westwood Studios sind am Start Dann haben wir Jamerson Rayo Viele Silberne dabei, Freunde Was ist da los? Der Berge ist noch am Start So, viele Silberne Naja, nicht gut Chemistry Style Schon wieder das getapfte Wappen Alter, das habe ich doch schon doppelt Das ist da los Hey, Santos Wappen Academica, Guimbra Saragossa, Trikot und Zwolle Naja, die seltenen haben sich ein bisschen viel auf Verträge Und den ganzen anderen Schnickschnack hier verteilt Bundesliga und so ein Schwachsinn Nun gut Dann werden wir noch ein zweites fettes Gold Pack ziehen Und zwar dieses Premium Gold Spieler Set, Freunde Da können wir nämlich Jeden Tag wird das wahrscheinlich wechseln Heute haben wir eins für 350 FIFA Points Ihr seht, ich habe halt nur 2000 FIFA Points aufgeladen Wir werden jeden Tag versuchen Eins hiervon zu ziehen Und auf jeden Fall eins dieser fetten, limitierten Ein-Tages-Packs Und dann gucken wir mal Wenn ich dann durch ein paar Verkäufe noch ein paar Münzen Was dann am Ende des Tages noch übrig bleibt Was wir am Schluss nochmal richtig fettes Opening machen können An Weihnachten, würde ich mal sagen Oder irgendwann davor, je nachdem wie es halt läuft Aber jetzt ohne groß Gelaber Wir ziehen dieses Premium Spieler Set Für 350 FIFA Points, Freunde Ich bin heiß Was haben wir drin? Wir ziehen einen linken Flügelspieler 80 Brahimi Uiuiui Aber leider immer noch keinen neuen besten Spieler, Freunde Kurz, aber Paris Dann haben wir hier Brahimi Das ist der beste Mann, den wir haben Wir ziehen Traore von Gladbach Aspas haben wir noch dabei Higuain Alter, was ist denn aus dem geworden, ey? Scheiße, man, ey Arnold haben wir noch The Original Whiteness Guerrero Das ist aber glaube ich nicht Der, nee, das ist ja ein Portugieser Das geht ja gar nicht So, Mokotjo Mokotjo Alter, Südafrikansko haben wir noch dabei So, Diawara Rincon Hier, zack Fresse hoch Dann haben wir noch Mossoro Und einen silbernen Van Diermen Optimal Das waren sehr viele Spieler Kein doppelter Aber wir sehen jetzt Vier Stunden haben wir noch Das heißt, morgen Wird auf jeden Fall Wieder irgendwann neues Angebot sein Nochmal irgendein fettes Pack Werden wir mal reinschauen, was es daran gibt Jetzt checken wir nochmal ganz schnell ab Wir sind jetzt schon bei 321 Spieler So kommen wir nämlich auch richtig geil voran, Freunde Und Gucken wir mal Wir sind jetzt bei 22 Bronzenen Wir stehen bei 22 Silber Optimal Und Gold Haben wir natürlich auch ein bisschen zugelegt Jetzt 82 Bleibt weiterhin unser bester Spieler Wir sind bei 23 Seltenen Goldspieler Und ja, Freunde Es wird Zeit, dass wir endlich mal hier Wenn wir nochmal zurückklicken Hier Unsere Nummer 82 Hier, dass der mal endlich Dass wir mal einen richtig fetten Geilen Spieler ziehen, Freunde Ja Wenn euch die Folge gefallen hat Dann lasst mir gerne Einen Daumen nach oben da Wir sehen uns auf jeden Fall wieder Im nächsten Video Macht's gut Bis dahin Ciao Und bloß kein Stress Bis dahin Tschüss 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 Ich Entste swoje